Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Forstprojekt auf der russischen Spezialkarte mit dem Sachsen-Netzplayer. Hallo und den Werner. Hallo. Nächste Challenge in dem Sinne, zusammentragen, aufhaufen mit Seilwinden. Der Werner ist da hinten irgendwo. Es gibt leider keine Zoom-Funktion wie bei Amaz, ziemlich schade. Ja. Ich bin hier. Ja, sie können dann halt das Start-Signal geben, wenn sie sich bereit führen. Achso, ja, ja, können wir machen, ja. Na, dann zählen sie das so, ne. Na, aber was ist das Startzeichen? Startzeichen ist 3, 2, 1, go. Na, dann go. Gut. Bin gespannt, wie lange die Seilwinde geht, das weiß ich gar nicht. Also du hast mir mal gesagt, dass mehr als wie drei Bäume Kasse ziehen, ne. Worte in die Kommentare geschrieben. Ich hab's in dem Sinne, muss ich dir gestehen, jetzt noch grad nicht ausprobieren, weil ich jetzt gerade keine, äh, keine drei, äh, Dinger in der, sag's schon, in der Pipe hatte. Also bei mir gehen nur drei ran. Ah, okay. So, weg oder was? Ist ja heute hier Seilwind-Extrem, oder was? Ja, man merkt das massiv auf der Servo-Performance-Grad, ne. Oh ja, glaub ich. Äh, war das nicht irgendwo neben mir? Ne, passt, gut.